Also unser heutiges Motto lautet Konfetti Pink. Ihr wartet ja alle schon sehnsüchtig drauf. Wir sind jetzt wirklich in den letzten Zügen. Die ganze Produktion ist im Konfetti-Fieber schon seit Tagen. Schaut euch mal die Farbe an. Ich liebe sie einfach schon jetzt. Guck mal, wie schön das zu unseren Bügeln passt. Das ist so leicht und fluffig. Ich würde euch jetzt einfach mal so ein paar kleine, kleine Einblicke geben in die Produktion von unserem Konfetti Pink. Also, los geht's. Also wirklich, jeder macht uns gut mit Pinken. So ein Material durch die Gegend. Und da hinten wird es echt gepulvert. Auch mal spannend zu sehen, wie kommt es eigentlich zu dem fertigen Produkt. Oh mein Gott! Ich freue mich so. Endlich, endlich. Und das Beste an der Sache ist, es hat eigentlich meine Vorstellung noch übertroffen. Wichtig zu wissen, die sehen ja alle unterschiedlich aus. Also produktionsbedingt hat er eine mal mehr, mal weniger Tupfen. Schaut mal, ich habe euch jetzt hier mal zwei Exemplare mitgebracht. Ihr wolltet Magenta bzw. Pink. Ihr bekommt Pink. Also, ich bin total begeistert und freue mich für euch alle. Uns alle. Also, ich bin total nettopp, aufинаeren. Das ist ja weiter dabei will ich sein. Danke. Ja, danke. Ich habe zwei trabajando. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017